In der heutigen Folge, da wird es revolutionär werden, denn bislang war es ja so, wenn man Cold-Calling macht, also das kalte Anrufen von möglichen Interessenten, dann hat man das selber machen müssen oder man hat es mit Mitarbeitern machen müssen. Und unser heutiger Gast Rene Choppe sagt, das muss nicht mehr so sein. Es gibt etwas ganz Neues und das wird uns heute erzählen. Rene, ich bin extrem gespannt auf dieses Gespräch mit dir. Hi Michael, ich freue mich auch drauf. Eins meiner neuen Lieblingsthemen. Ja, bei mir gleich auch. Du hast mir jetzt gerade zwei, drei Minuten nur kurz was erzählt und ich bin jetzt schon Feuer und Flamme dafür. Lass uns gleich das Geheimnis lüften. Es geht um KI-Mitarbeiter für Kaltakquise. So ist es. Kannst du uns ganz kurz einfach mal beschreiben, was das ist und was das nutzt? Also der technische Workflow ist wahrscheinlich gar nicht so spannend. Grundsätzlich merken wir alle, KI wird immer präsenter. Und KI wird in jedem Lebensbereich Einzug nehmen, ob wir wollen oder nicht. Und KI kann mittlerweile ja auch per Spracheingabe bedient werden und kann Sprache ausgeben. Und dann ist natürlich der Schritt sehr kurz, dass wir sagen, Moment mal, wenn wir eine Spracheingabe und Sprachausgabe haben, können wir doch eigentlich mit einer KI auch richtig reden. Und wenn wir richtig reden können, können wir auch richtig telefonieren. Und genau das ist das, worum es geht. Das heißt, wir können KI-Telefonie aufbauen und können dann jemanden, also eine KI-Telefonate führen lassen. Und das hat natürlich massive Vorteile gegenüber der herkömmlichen Lösung. Und die liegen ja auch offen auf der Hand. Wir können KI-Telefonie endlos skalieren. Wenn wir also sagen, wir wollen wirklich eine breite Masse erreichen, ist es technisch gesehen kein Problem, am Tag 5000 Cold Calls zu machen. Technisch gesehen keine Herausforderung. Und das ist sowas, wenn wir das mal begreifen, was das eigentlich heißt, dass wir diese Limits aufheben, dass wir das, was sonst menschlich immer limitiert war, auf einmal weg haben, dann merken wir, da geht einiges. Dann stellen wir mal gleich den Menschen und die KI, was dieses Thema betrifft, gegenüber. Also, du hast gesagt, Skalierbarkeit. Klar, ein Mensch kann immer nur pro Minute mit einer Person telefonieren. Relativ klar, die KI kann es mit mehreren. Der Mensch, würde ich sagen, hat auch Angst vor Zurückweisung. Das ist bei Kaltakquise, also kann man sagen, so ein Vertriebler vielleicht nicht mehr. Aber wenn man es selber macht oder keinen hat, dann ist das vielleicht ein Hemdnis. Das hat die KI ja auch nicht. Die KI hat keine Limitierung. Die KI wird nicht krank. Die KI kann mit exakt gleichbleibender Qualität tausende Gespräche führen. Die KI muss nicht motiviert werden. Die muss nicht controlled werden. Die braucht keine Seelsorge. Und die muss sich auch nicht an dem Tag irgendwie nochmal abholen und motivieren. Und die KI will auch keine Gehaltserhöhung. Deswegen ist es schon durchaus eine interessante Alternative. Mein Mitarbeiter hört gerade zu. Ich hoffe, dass er nicht Angst bekommt. Also im Endeffekt ganz, ganz viele Vorteile. Aber es gibt vielleicht auch, also könnte ich mir jetzt vorstellen, das Problem, naja, eine KI, die kann das ja gar nicht so gut verstehen, das Gespräch. Also ein Mensch versteht vielleicht eher, wie muss er auf diese Person eingehen, emotional. Oder was kommt als nächstes im Skript. Wie kann die KI das lösen? Wir müssen mal den Stand heute uns anschauen. Weil der Stand heute ist ja nicht der Stand, der der Stand morgen ist. Und tatsächlich meine ich jetzt wirklich die sehr, sehr zeitnahe Zukunft. Stand heute ist es so, wir haben im deutschsprachigen KI-Stimmen, die klingen schon sehr, sehr gut. Und wenn du es nicht weißt, hörst du es wahrscheinlich nicht. Oder du hörst es auch schon nicht mehr, wenn ich zum Beispiel eine KI-Stimme benutze, die ich trainiert habe. Also ich kann meine Stimme hochladen und damit eine KI sprechen lassen. Du brauchst halt dafür einiges an Stimmmaterial, aber dann spricht die KI mit deinem Namen und deiner Tonalität und deiner Betonung. Und die KI, die das Transkript von dir ausliest, die kann auch mittlerweile schon Emotionen erkennen. Die kann auch Sarkasmus oder Ironie erkennen und Witz erkennen. Das heißt, das funktioniert jetzt schon. Funktioniert es perfekt? Nein. Funktioniert es beim Menschen immer perfekt? Auch nicht. Also auch da gibt es immer Barrieren. Aber das ist der Stand heute. Im englischsprachigen ist es mittlerweile schon so, dass du es nicht mehr raushörst, dass es eine KI ist. Du kriegst es nicht mit. Und das deutschsprachige wird in den nächsten Wochen, Monaten auch auf den gleichen Stand kommen. Das heißt, wir reden jetzt von Ende 24, Q1, 25 ist davon auszugehen, dass wir im deutschsprachigen KI-System haben, wo du es nicht mehr hören kannst. Auch im Profi nicht. Der Muttersprachler wird nicht raushören, dass er gerade mit einer KI telefoniert, weil sie auch empathisch ist und das Gespräch richtig versteht. Das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt. Kann die KI auch selbst anwählen oder muss ich ihr die Leads, die Kontakte geben? Oder findet die sie selber sogar raus, die Telefonnummern? Also du kannst den ganzen Workaround vom Prinzip her sogar komplett automatisieren, dass sie auch sich Daten aus der Webseite zieht. Die kommt vorgebrieft sogar ins Gespräch. Die weiß, mit wem sie am Ende reden will. Das kannst du alles soweit vorbereiten. Grundsätzlich kann die KI auf zwei Arten telefonieren, nämlich auf beide, die es gibt. Du kannst die KI anrufen, also du kannst selbst die Nummer wählen oder dahin leiten. Man könnte also auch deine Mailbox im Prinzip mal durch eine moderne Version ersetzen, als auch das geht. Oder du hast ein Telefon in deiner Praxis oder in deinem Vermögensberatungsbüro oder in deiner Agentur und das Telefon klingelt und da geht eine KI ran. Weil die KI kann natürlich auch diese Fragen beantworten, die du beantworten kannst. Die hat auch Zugriff auf deinen Kalender, die hat auch Zugriff auf Datenbanken, die kann also eine ganze Menge für dich führen. Und das andere ist, die KI kann auch selber proaktiv anwählen. Aus einem CRM-System heraus oder einfach aus einer Tabelle heraus. Hast du einfach die Nummern und dann kannst du sagen, okay, alle zwei Minuten wird dort eine Nummer angewählt. Und zwar in den Zeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zum Beispiel. Und dann wird die KI alles nacheinander abtelefonieren. Und der Hammer ist, dass du natürlich auch im Nachgang die Möglichkeit bekommst, dieses Gespräch in transkribierter Form, auch in der Zusammenfassung, zu sehen. Und kriegst auch eine Bewertung von der KI. Wie gut war das Gespräch? Von der Skala von 1 bis 10. Habe ich einen Termin vereinbaren können oder keinen Termin vereinbaren können? Und kannst anhand dessen Zahlen, Daten, Fakten basiert, die KI optimieren. Und das ist das, was zum Beispiel auch bei Menschen ebenfalls schwierig ist. Okay, also die KI, stimmlich merke ich keinen Unterschied. Sehr, sehr weit zumindest. Jetzt schon fast nicht mehr, in Deutschland zumindest. Dann hast du gesagt, ich muss den ganzen Prozess einmal nur automatisieren. Die KI schaut ins CRM-System und ruft die selber an. Woher weiß die KI denn jetzt genau, was sie sagen soll? Wie trainiere ich sie quasi? Wie umständlich ist das? Also es ist ein Prozess. Das heißt, du musst natürlich der KI vorher eine ganze Menge geben. Grundsätzlich ist es so aufgebaut, die KI hat selber einen System-Prompt. Also wo du sagst, das ist deine Aufgabe, deine Rolle. Du musst das Ganze definieren. Du kannst der KI natürlich auch einen Namen geben und auch entscheiden, wie soll die KI darauf reagieren, wenn sie gefragt wird, ob sie eine KI ist zum Beispiel. Das alles musst du einmal hinterlegen. Das muss man machen. Das ist relativ aufwendig, braucht man viel Übung für. Aber das kann man grundsätzlich relativ schnell aufsetzen, wenn man das möchte. Also das ist innerhalb von ein paar Tagen oder ich sag mal gut ein, zwei Wochen ist die so gut im Training, dass du einfach geniale Ergebnisse hast. Und dann kannst du Dokumente als Knowledge Base hinterlegen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, eine Datenbank zu hinterlegen mit, wer ist dein Unternehmen, was sind deine Öffnungszeiten, was sind die häufigsten Einwände, die jemand hat, was sind die häufigsten Fragen, die jemand stellt, über was darfst du keine Auskunft geben, über was sollst du Auskunft geben, wer gehört als Mitarbeiter zum Team und, und, und. Und dann kannst du diese ganze Knowledge Base peu a peu aufbauen und erweitern und damit wird die KI immer besser und kann irgendwann tatsächlich auf alle Fragen antworten. Und wenn ich das nicht selber machen will, sehr wahrscheinlich kann ich das auch outsourcen, wenn ihr euch gerade damit beschäftigt, dass ihr einfach die KI einrichtet. Dann muss ich mit euch einmal reden, ihr stellt mir wahrscheinlich die relevanten Fragen und ihr macht das dann, sodass ich da keinen Fehler mache. Korrekt. Wir bieten auch das an, dass wir entweder das als einzelne Lösung haben oder in Kombination mit unserer Spezialleistung, dass wir aus der Datenbank mehr Umsatz ziehen. Da haben wir nämlich genau diese Herausforderung immer gehabt. Wir haben ja bei Unternehmen das geschafft, dass wir über eine spezielle Systematik die Datenbank warm machen, direkt Kunden gewinnen, aber auch warme Leads aus der bestehenden Datenbank gewinnen und die müssen angerufen werden. Das ist jetzt nicht mal ein ganz klassischer Cold Call, sondern eigentlich würden wir jetzt dazu sagen, im Fachjargon, das ist so ein Presetting oder ein Opener Call. Das heißt, du rufst jemanden an, wo du weißt, es gibt grundsätzlich ein Interesse und du willst jetzt einen Termin vereinbaren fürs Erstgespräch. Und genau diese Gespräche konnten unsere Kunden häufig nicht führen, weil sie die Ressourcen dafür nicht haben. Also wenn wir jetzt deine Datenbank durchforsten und auf einmal finden wir 200 warme Leads und die müssen angerufen werden und natürlich auch jetzt nicht in den nächsten sechs Wochen, weil dann kommen ja die nächsten warme Leads, sondern schneller, dann ist die KI einfach eine perfekte Lösung, weil die führt ein kurzes, knackiges Erstgespräch und vereinbart dann für den Vertriebler, für den Berater den Termin. In seinem Kalender übrigens. Glaubst du, die KI wird dann auch das Erstgespräch auf Dauer übernehmen? Aktuell ist es noch nicht so. Also im aktuellen Stand kann eine KI den Mitarbeiter auf gar keinen Fall komplett ersetzen. Also das richtige Verkaufsgespräch, wo es ja dann um ganz andere Themen nochmal geht und auch in der Psychologie um eine ganz andere Tiefe abverlangt wird, das ist heute noch nicht darstellbar. Aber es ist heute noch nicht darstellbar. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgucken und mal überlegen, was war vor zwei Jahren? Wo war das ShedGPT? Wo war es vor drei Jahren? Da gab es das Thema noch gar nicht öffentlich. Also wer weiß, was es in zwei Jahren geben wird. Vermutlich wird es überhaupt gar kein Problem mehr. Wir haben jetzt gerade ein Update von ShedGPT wiederbekommen. Und ShedGPT kann ja jetzt hochgradig komplexe Fragen beantworten und hochgradig komplexe Mathematik bewältigen. Auf dem Level von einem PhD, also von einem Doktoranden. Also es ist eine Frage der Zeit, dann wird eine KI auch das können. Ein Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er emotional ist, einfühlsam ist. Und wir Menschen wollen deswegen ja auch gerne mit Menschen sprechen. Inwiefern kann die KI emotional sein, einfühlsam sein, die Stimme vielleicht auch verändern, auch die Tonlage verändern? Kann ich sie da auch hintritten? Also es gibt auch da, es gibt einen Stand heute. Natürlich kann momentan eine KI nicht diese tiefe Emotionalität haben. Die Frage ist aber, brauchen wir das in so einem Gespräch? Also wenn ich jetzt dich anrufe und ich weiß, du bist warm und interessiert an unserer Leistung und ich rufe dich an und sage, ey Michael, ich habe gesehen, du hast dir unsere Videos angeschaut und wollte einfach mal fragen, ist denn das Thema gerade interessant für dich? Dann muss ich jetzt kein tiefen psychologisches Verständnis haben und muss auch nicht super empathisch sein. Das kann eine KI jetzt schon sehr gut. Du kannst in einer KI jetzt schon definieren, wie emotional soll die Stimme sein und auch wie von der Tonalität her kannst du sehr, sehr viel konfigurieren. Und du kannst natürlich auch dort gewisse Dynamiken hinterlegen und auch sagen, soll die KI Emotionen erkennen? Also auch das wird immer besser, also dass die KI wirklich das Ganze erkennt. Sie erkennt jetzt schon, wie gesagt, Witz, Ironie, Sarkasmus, erkennt sie jetzt schon. Also das sind ja auch Sachen, die wir nicht offen aussprechen, aber dann halt so meinen. Und du kannst es dir ganz einfach vorstellen, als würdest du mit ChatGPT chatten. Und du kannst es ja mal einfach machen und in einen Chat-Dialog gehen. Es ist vom Prinzip her nicht anders. All das, was ChatGPT kann, schließen wir ja an eine Stimme an. Und versuch einfach mal mit ChatGPT 4.0 ein Gespräch zu machen und geh dort mal auf Emotionen ein und frage mal, ob der KI-Bot das an der Stelle versteht und schau, wie er antwortet. Und wenn dir die Antworten gefallen, dann weißt du, es wird mit der KI-Telefonie exakt genauso funktionieren. Weil es ist ChatGPT dahinter. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal ChatGPT genutzt habe und habe ein paar Sachen eingegeben und war total begeistert. und habe dann geschrieben, du bist ja krass. Und dann kam, oh, vielen Dank. Also es ist, auf der einen Seite ist es gruselig, dass man mit einer Maschine dann spricht, aber auf der anderen Seite kam eine Antwort zurück, die hätte auch ein Mensch geben können. Und es gibt ja auch Vertriebler, die auch nicht so emotional sind und die Ronien will es verstehen. Insofern, ja, ich will jetzt nicht alle Vertriebler einen Top werfen, aber gerade so bei Openern ist es nicht immer so weit mit der Empathie. Ja. Okay, auf welchem Stand seid ihr gerade, das anzubieten? Was habt ihr schon ausprobiert? Was sind so die krassesten Erkenntnisse? Also wir haben KI-Telefonie jetzt in den letzten Monaten, sind wir intensiv dran, diesen Prozess immer weiter zu verbessern. Und wir haben insgesamt, ich glaube, sieben richtig gute Cases gefunden, wo KI-Telefonie heute schon wirklich gute Ergebnisse bringt. Und das sind im Kern, ist es einmal dieses Thema, also Cold Call kann man machen. Wir sind selber keine Cold Calling Agentur, von daher ist das nicht unser Kernfokus, aber grundsätzlich kann KI das. Was wir machen, wir telefonieren warme Leads ab, die zum Beispiel sich jetzt entweder gerade bei dir eingetragen haben, können wir direkt anrufen und vorqualifizieren oder die schon lange in deinem Verteiler sind. Wir können zum Beispiel auch alle, die sich für bestimmte Events anmelden, vorab anrufen und fragen, welche Fragen sie mitbringen, was für sie besonders wichtig ist, ob wir sie irgendwo unterstützen können. Bei Webinaren zum Beispiel macht das sehr viel Sinn oder auch nach dem Event. Also wenn du nach einem Webinar mal alle sofort nachtelefonieren kannst. Und zwar nicht erst irgendwie eine Woche später am Dienstag, sondern eine Stunde später, wo alles noch frisch ist. Und dann rufst du die an, die halt noch nicht konvertiert sind und fragst, welche Fragen sind offen, wollen wir einen Termin machen, brauchen wir eine Beratung, wie können wir darauf eingehen. Und genauso kannst du natürlich auch Standards abbilden, wenn jemand dich anruft. Oder wenn du jetzt im Gespräch bist und du kriegst jetzt gerade einen Anruf, dann geht der Anruf höchstwahrscheinlich auf eine Mailbox. So eine Mailbox musst du abhören. Viele Menschen wollen gar nicht auf die Mailbox sprechen. Wenn jetzt dein persönlicher KI-Assistent rangehen könnte und für dich auch Entscheidungen treffen könnte, also wenn jemand einfach mit dir kurz reden will, kann die KI in deinen Kalender schauen und sagen, ja, Michael hat ab 17.30 Uhr wieder Zeit. Willst du es da nochmal versuchen oder soll ich direkt einen Termin buchen? Kann die KI. Ich bin ja gespannt, ab wann die KIs sich betteln, wer welche KI überzeugt. Ich habe da eine KI, wo ich sage, wenn jemand kalt anruft und mich akquirieren will, wimmelt den ab und die andere KI ist genau darauf eingestellt. Also das ist schon auch alles sehr, sehr spannend. Ein Argument fand ich sehr, sehr stark von dir. Du hast gesagt, wenn ich zum Beispiel ein Webinar habe und ich mache dann direkt danach, rufe ich die alle an. Das ist ja eben gerade mit Vertriebsteam oder mit nur einem Vertriebler, wenn man noch nicht so groß ist, relativ schwierig. Und ich weiß, wenn man eine hohe No-Show-Rate hat in den Erstgesprächen, das liegt immer daran, dass die Phase zwischen dem Termin und dem Gespräch, das ist einfach zu lang. Und beim Webinar ist es auch so, du hast jetzt im Webinar die Emotionen aufgebaut, du hast den Nutzen erklärt und die Leute sind vielleicht hyped und jetzt schaffst du es aber nicht, die am nächsten Tag abzutelefonieren. Und jetzt war es vielleicht auch noch ein Freitagnachmittag und du schaffst es erst am Montag oder am Dienstag, wie du es gesagt hast. Und du verlierst so viel Potenzial und die KI macht das einfach direkt im Anschluss mit allen Leuten. Das ist schon krass. Ja, und dazu kommt, dass du nicht nur diesen Zeitverzug nicht hast, sondern in der Regel ist es ja so, wenn du den ersten Vertriebsmitarbeiter hast, dann macht der erste Vertriebsmitarbeiter die Erstgespräche, die Setting-Gespräche und die Verkaufsgespräche und Beratung. Wahrscheinlich ist er vielleicht sogar noch ein bisschen an anderen Stellen mit bei, schreibt noch E-Mails und macht das. Und du hast natürlich die Möglichkeit, wenn dein Vertriebsmitarbeiter jetzt einfach wie einen Kollegen bekommt, der für ihn die ganzen Erstgespräche macht, die einfach, die machen ja die große Masse aus. Also das ist ja die Schlagzahl, die gefahren werden muss. Aber dafür kann die Schlagzahl dann umgewandelt werden in einen Kalender, der ja dann recht frei ist. Dann hat dein Vertriebsmitarbeiter auch richtig Spaß dran, weil er hat kontinuierlich qualifizierte Gespräche. Und damit ist dein Vertriebsmitarbeiter viel wertvoller geworden, weil er nicht mehr die, ich sag mal, die Massengespräche führt, sondern die, wo wirklich, also die Gespräche führt mit Menschen, die interessiert sind an deiner Dienstleistung. Und er muss sich selber auch nicht 200 Mal am Tag eine Klatsche abholen und ein Nein abholen, damit er dann im Prinzip die 20 Termine drin hat, mit denen er eigentlich reden will, sondern er hat nur die 20 Termine drin. Oder an der Stelle deutlich mehr, weil es keinen Engpass mehr vorne gibt. Also es hat schon viele, viele Effekte auf Vertrieb und das wird Vertrieb nachhaltig verändern. Ja. Und diese Vorkualifizierung, die ist ja im Endeffekt auch so wertvoll für den Vertriebler am Ende. Weil, deswegen machen wir auch Content Marketing, weil wir sagen, die sollen davor schon verstehen, was wir machen, die sollen schon Vertrauen haben. Wenn die KI im ersten Gespräch schon gewisse Dinge klärt, dann kommt der Wärmer in das eigentliche Verkaufsgespräch rein und es wird leichter. Der Vertriebsmitarbeiter ist motivierter, effizienter. Es ist echt krass, was das alles nach sich zieht. Mhm. Und man muss auch mal dazu sagen, also natürlich verstehe ich alle, die irgendwie so ein bisschen Angst und Vorbehalte haben, aber ich denke mir das Thema ja nicht aus. Ich habe es auch nicht erfunden. Und wir werden auch, also man kann sich jetzt dagegen sträuben und sagen, ich finde das total schlimm, ich will mit Menschen reden und ich kann die Menschen wirklich nachvollziehen, die das sagen. Aber es wird kommen. Und umgekehrt, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, zum Beispiel bei meinem Autohaus anzurufen und einen Menschen zu erreichen, der mir einen Termin für einen Reifenwechsel machen kann in der Hochsaison, weil der einfach den Zugriff auf den Kalender hat, dann finde ich das einen besseren Service, als wenn ich niemanden erreiche. Wenn ich in der Arztpraxis anrufe und die Arztpraxis, da geht eine KI ran und ich weiß auch, dass das eine KI ist und von mir aus hört die sich auch an wie ein Roboter, aber die kann mir meine ersten Fragen beantworten. Die kann mir zum Beispiel sagen, ist es ein Notfall oder soll ich in die Praxis kommen? Gibt es eine Sondersprechstunde? Wann kann ich kommen? Wann ist der nächste Slot? Ist mein Arzt da? Und die kann mir die Fragen einfach beantworten. Dann finde ich das besser, als wenn niemand rangeht. Und es wird auch natürlich eine Menge verändern. Es wird auch eine Menge Callcenter geben, die wirklich zu tun kriegen werden, wenn sie das Thema nicht mit anbieten. Weil es ist halt auch eine KI-Telefonie ist halt im Verhältnis wahnsinnig günstig. Also viel günstiger als jeder Mensch logischerweise, weil es halt KI ist. Das heißt, es ist sehr günstig und es ist in vielen Bereichen, muss es noch nicht mal einen Menschen ersetzen und wäre trotzdem ein Mehrwert. Es gibt ja auch viele Hotels, wenn du dort einfach ein Zimmer buchen willst und du rufst an, erreichst du niemanden. Weil die, die gerade in der Rezeption sind, haben zwei Menschen vor sich und müssen natürlich mit den Menschen auch reden. Das heißt, du kannst einfach ganz viel abpuffern damit. Und das ist, glaube ich, der erste riesengroße Mehrwert. Und wenn man dann sagt, okay, wir ersetzen jetzt menschliche Arbeit, wird kommen. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Das haben wir in anderen Bereichen ja auch. Also wie viele Texter haben keine Aufträge mehr, wie viele Programmierer nutzen ChatGPT, machen dadurch ihre Arbeit einfacher. Und umso mehr KI texten kann, Bilder erzeugen kann, grafiken kann, coden kann, telefonieren kann, umso mehr Jobs wird es geben, die obsolet werden. Aber es entstehen ja immer andere Jobs. Es entstehen ja die, die halt KI bedienen. Es entstehen die Jobs, wo Menschen anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, was man damit alles machen kann. Und wir werden eine ganz neue Art der Wertschöpfung erleben in den nächsten Jahren. Wir sind halt jetzt in, also das, was die Industrialisierung war, ist im Vergleich zu dem, wo wir jetzt stehen, ein Witz. Es wird viel, viel krasser bei uns. Und da müssen wir uns einfach darauf einstellen. Und offen bleiben. Anders geht es ja gar nicht. Es kommt, ob wir wollen oder nicht. Und du hast ein sehr, sehr wichtiges Argument genannt. Ich telefoniere dann lieber wissentlich mit einer KI, als dass ich niemanden erreiche. Also in 30 Jahren wird in Deutschland vielleicht dann auch die erste Behörde mit sowas arbeiten oder vielleicht auch in 50. Aber dann kommt man da auch irgendwann durch. Also wenn ich vielleicht mal meine Rente irgendwann kriege, schaffe ich das dann. Aber ein wichtiger Punkt an der Stelle ist auch, es kann ja sein, dass die Leute sagen, beraten lassen will ich mich. Überzeugt werden will ich aber nicht. Ich habe Angst, da manipuliert zu werden. Und jetzt kommt für mich wichtiges Argument. Wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Aber wenn das sich jetzt entwickelt, dann kann es sein, dass es mal jetzt ein paar Jahre ein richtiges Hoch erfährt, bis es alle wissen und vielleicht wieder absinkt. Aber diese Jahre nicht mitzunehmen, das ist genauso wie TikTok verpasst zu haben die besten Jahre, Facebook-Ads verpasst zu haben die besten Jahre. Also das ist ja eine Sache, die man auch aus meiner Sicht als Unternehmer dann sehr, sehr schnell umsetzen sollte, weil ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Vielleicht wird es irgendwann wieder ein bisschen schlechter. So wie viele Sachen langfristig dann auch wieder ein bisschen schwieriger wurden. Erstgespräche war auch mal eine ganz tolle Erfindung. Beratungsgespräche ist jetzt auch wieder schwieriger. Also alles hat ja auch diese Phasen. Das heißt, wann seid ihr soweit, dass man bei euch was kaufen kann? Das ist schon Stand heute so. Also man kann das heute schon bei uns kaufen. Wir haben mehrere Assistenten schon eingerichtet. Und es wird halt mit, das ist ja auch das Schöne, wenn wir heute einen Assistenten einrichten, der wird ja alleine automatisch besser, wenn wir nur immer wieder die neuen KI-Versionen freischalten und die neuen Stimmen freischalten. Das heißt, alle, die jetzt im Prinzip früh dabei sind, haben den Vorteil, dass sie diese ganzen Lernerfahrungen, was läuft gut im Gespräch, was läuft nicht gut im Gespräch, schon haben. Also die haben schon einen durch iterierten KI-Assistenten. Und wenn dann die neue Stimme kommt und es quasi wirklich ab dem Zeitpunkt so ist, dass man sagt, okay, ich höre gar keinen Unterschied mehr, gibt es keine Lernschleife mehr, die nötig ist, sondern dann habe ich schon einen perfekten Telefonisten. Deswegen ist jetzt natürlich, es ist ein bisschen Early Adopter, stimmt schon. Wir sind noch sehr früh dran, aber es ist halt ein geiler Zeitpunkt. Ja, also es ist aus meiner Sicht besser, einen Tick zu früh dran zu sein, als zu spät. Und lass uns vielleicht noch mal kurz durchrechnen, was das monetär auch bedeutet. Also jetzt nicht, ich muss jetzt nicht sagen, welche Preise ihr habt, das werden ja auch verschiedene sein, aber im Vergleich zu einem normalen Vertriebsmitarbeiter, den ich monatlich immer wieder bezahlen muss, der mir vielleicht schlechtere Arbeit liefert, wie ist ungefähr der monetäre Unterschied? Na gut, die Frage ist, was bezahlst du jetzt, wenn du jetzt einen Telesales-Mitarbeiter hast, wo fängt der preislich an? Der wird ja irgendeinen Preis haben, wo er anfängt, er wird dann in der Regel irgendwie aufsteigen wollen oder mehr Gehalt bekommen wollen oder natürlich Provisionen bekommen wollen, also wo du ja auch dann Gewinnmarge einbüßt. Und wir können jetzt mal eine ganz einfache Pauschale nehmen und sagen, okay, mich kostet, also ich nehme mal den Preis fürs Recruiting weg, den Preis, den wir haben, die Person einzuarbeiten, den Preis für die Technik, die ich der Person stelle, den Preis für CRM nehme ich mal weg, ich nehme mal alle Preise weg, sondern wir reden mal nur über das Gehalt, also wir reden mal rein über das Thema. So, dann würde ich jetzt mal sagen, für irgendwie, weiß ich, 2,5 Brutto bist du schon sehr ergünstig. Also wenn du da einen guten Telefonisten kriegst und ausgebildet bist, bist du wahrscheinlich einer der ganz wenigen, nehmen wir einfach mal die Summe. So, das ist jetzt eine Summe, die hättest du quasi in 2 oder 3 Monaten drin und bei der KI zahlst du dann auf Dauer lediglich im Prinzip die Token, die API Abfragen und die werden umgerechnet in Preis pro Minute und den kannst du so etwa auf 50 Cent oder unter 50 Cent, wenn du sehr viel Abfragen hast, rechnen. Und das ist das, was maximal als Preis übrig bleibt. Das heißt, einmal die Einrichtungskosten einmalig und dann die Abrechnung pro Minute und das ist lächerlich im Verhältnis. Also wie viele tausend Minuten kann der, ein KI-Caller telefonieren, wenn du halt irgendwie zwei oder drei Vertriebler hast. Das ist ein Riesenunterschied und dann kommt halt noch dazu, wird nicht krank, keine Gehaltserhöhung, keine Nachschulung, keine Motivationsprobleme, fängt nicht an vom Skript abzuweichen und so weiter und so fort. Also ich glaube, alle, die viel im Vertrieb sind, kennen die Probleme, die man haben kann, wenn man ein Telesales-Team hat. Es sind halt alles Menschen, mit denen wir zu tun haben, was ja schön ist, aber es bringt halt auch die Herausforderungen mit, die immer dazugehören. Und dann ist es ja so ein bisschen wie bei Ads, oder? Also ich kann irgendwann einfach hochschrauben, die Minuten, weil ich sage, naja, der bringt mir jetzt mit einem Anruf so und so viel, dann lasse ich ihn häufiger anrufen und schraube das hoch, wie es auch bei Ads ist. Genau. Ja. Du musst halt nur die Daten haben, aber an die kommt man ja in der Regel relativ gut ran mittlerweile. Und wenn du halt die Daten hast und sagst, wir telefonieren die ab, es ist im Endeffekt ein Zahlenspiel. Und du musst ja auch nicht immer neue Daten haben. Wir wissen ja alle, wenn du jetzt jemanden anrufst und der hat heute kein Interesse, heißt das nicht, dass du den in sechs Monaten nicht erneut anrufen kannst, weil die Person sich eh nicht dran erinnern kann und du dann im Prinzip wieder von vorne anfängst und das Blatt ist halt in sechs Monaten komplett anderes. Also kann ja auch alles anders sein. Auf einmal ist deine Leistung super gefragt, obwohl sie vorher uninteressant war. Nochmal, damit wir auch den Bogen zum E-Mail-Marketing hier machen, weil das ist ja auch eure Kernexpertise. Wie verbinde ich jetzt quasi E-Mail-Marketing mit dem KI-Vertriebsmitarbeiter? Du kannst es dir so vorstellen. Du hast, stell dir vor, du würdest eine richtig smarte Kampagne aufsetzen. Eine smarte Kampagne, wo du einen sehr, sehr guten Content drin hast und du verschickst jetzt eine E-Mail. Dann hast du in deinem Verteiler immer Menschen, die werden die E-Mail öffnen und wenn die E-Mail gut ist, dann wird es Menschen geben, die werden sich den Content anschauen, wenn du zum Beispiel ein Video verlinkst, ein Podcast oder ein Blogartikel. Du hast jetzt irgendwie einen tiefergreifenden Content und die schauen sich das an. Jetzt kannst du sagen, okay, ich schicke nach ein paar Tagen nochmal eine E-Mail und gehe in das Problem noch eine Etage tiefer ein und habe eine ganz ausführliche Anleitung, Erklärung, Deep Dive Content. Und dann schickst du als drittes eine E-Mail, wo du den Call to Action ganz klar machst. Also ganz klar sagst, warum kann man jetzt mit dir das Problem lösen? Das ist im Prinzip die Art und Weise, wie wir es bei den meisten Unternehmen machen und das sorgt dafür, dass wir mit jeder E-Mail Schleife, also mit jeder E-Mail Serie aus diesen E-Mails, generieren wir aus dem Bestand Termine. Immer. Aber wir haben die Termine, das heißt, du hast ja Menschen, die haben die erste E-Mail konsumiert haben sich den Content angeschaut und das Video angeschaut. Die haben sich die zweite E-Mail angeschaut, den Content konsumiert und die haben sich die dritte E-Mail angeschaut und buchen keinen Termin. Ist es wahrscheinlich, dass jemand aus Langeweile sich deine E-Mails anschaut, also dass er eine E-Mail öffnet, ist okay, aber dass er den Content konsumiert bei der ersten E-Mail, bei der zweiten E-Mail und bei der dritten E-Mail? Unwahrscheinlich. Wenn der kein Interesse hat, unwahrscheinlich. Die Zeit hat niemand, also wofür auch. Das heißt, diese Leute filtern wir dann und lassen sie durch KI anrufen und da haben wir einfach dann sehr gute Terminquoten, weil du mit einem warmen Publikum sprichst. Von denen ist auch keiner erschrocken, dass du die anrufst, sondern da ist es halt irgendwie so eine logische Konsequenz. Du hast die E-Mails konsumiert, du hast die Videos angeguckt und dann kommt der Anruf. Und dann bist du halt offen und sagst, ja okay, dann lass uns mal drüber reden. Und dann hast du einen Termin. Und dann kommt der Mensch ins Spiel und macht halt ganz normal das Erstgespräch. Okay. Ist es von der Reihenfolge her dann sinnvoll, zuerst Leads zu sammeln? Also ist das der erste Schritt? Und dann das zu installieren? Also vom Prinzip her geht es ein Stück weit Hand an Hand. Wenn du anfängst, Leads zu generieren, ist es ja sinnvoll, diese Leads sofort richtig nachzubearbeiten. Weil sonst verschwendest du ja immer Geld. Also wenn du jetzt, zum Beispiel, du hast jetzt, du generierst im Monat, wir machen jetzt mal richtig toll, du generierst im Monat 1.000 Leads, weil du hast, du bist Werbung, bist aktiv, bist mit Vollgas unterwegs. So. Dann macht es ja keinen Sinn, jetzt zwei Monate zu warten, weil du würdest 3.000 Leads verbrennen, das ist ja bares Geld, was du liegen lässt. Umso schneller du den Prozess vorne anstößt, umso wichtiger ist es, dass das hintenrum alles perfekt läuft. Angenommen, du generierst nur einen Lead im Monat, den kannst du manuell nachbereiten. Dann brauchst du uns nicht. Also wenn du sagst, du hast nur ein oder zwei Leads im Monat, die reinkommen, ja dann läuft eine ganze Menge Marketing noch nicht richtig. Und dann ist es auch ganz einfach, die manuell nachzubereiten. Es gibt so einen Punkt, wo man merkt, es ist manuell nicht mehr möglich. Und umso aktiver du im Marketing bist, umso schneller kommt der Punkt, weil du bist ja aktiv im Marketing. Das heißt, wenn du irgendwie monatlich 50 oder 100 neue Leads generierst, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Punkt. Und dann solltest du auf jeden Fall ein Follow-up haben. Also ohne Follow-up verlierst du einfach bares Geld. Aber dann ist quasi der gängigste Denkfehler, herzugehen und zu sagen, naja, ich warte jetzt erstmal, bis ich so eine größere E-Mail-Liste habe. Weil ich denke, dann lohnt es sich ja erst, überhaupt Follow-ups zu machen. Ich müsste eigentlich, sobald ich den ersten Lead habe, sofort etwas implementieren und sei es in Anführungsstrichen nur E-Mail-Marketing, damit wenigstens dieser eine bestmöglich bearbeitet wird, in Anführungsstrichen. Also der Denkfehler ist zu warten, bis ich ausreichend Leads habe. Das ist ja so ein ganz typischer Denkfehler, der sich ja auf alle Bereiche niederstreckt. Das ist ja so dieses immer, ich warte bis zu dem Zeitpunkt. Das ist ja auch, wenn ich jetzt sage, ich will abnehmen und dann, ich warte aber bis 1. Januar, weil da ist das Jahr vorbei. Aber es spielt ja gar keine Rolle. Also wenn ich gerade die Weihnachtszeit schon mal nicht essen würde oder nicht viel essen würde oder nicht schlecht essen würde, hätte ich ja viel weniger abzunehmen. Also es macht ja viel mehr Sinn, sofort zu starten, als jetzt auf irgendeinen Zeitpunkt zu warten, den ich mir im Kopf irgendwie setze und mit irgendetwas verknüpfe. Wir würden auch, keiner von uns würde sagen, naja, ich mache meinen Führerschein, sobald ich ein Auto habe. Macht auch keinen Sinn. Das ist genau das Gleiche. Also ich kaufe mir ein Auto, wenn ich es dann bedienen kann. Wir alle machen erst den Führerschein und wenn wir den Führerschein haben, dann holen wir uns das Auto. Und deswegen macht es auch keinen Sinn zu sagen, ich hole mir dieses System erst, wenn ich Leads habe. Weil ich brauche das ja dann schon. Deswegen ist es an der Stelle einfach, es ist so ein Henne-Ei-Thema. Also meine Empfehlung ist, wenn ich es ernst meine mit meinem Business, ernst meine mit meinem Marketing und wirklich Gas gebe, dann generiere ich Leads und dann kommt halt vorne was rein. und wenn ich dann kein System habe, muss ich meine Zeit, die ich habe, nehmen und entweder kümmere ich mich manuell um die Leads, dann wird mein Marketing und Vertrieb drunter leiden oder ich kümmere mich nicht um die Leads, dann wird mein Marketing und Vertrieb immer ineffizient sein. Ich werde immer mehr Leads verbrennen und nicht richtig bedienen, als ich vorne generiere. Das heißt, ich habe wie so ein Ölleck am Fahrzeug und ich stopfe das Loch einfach nicht. Ich kippe einfach oben mehr rein und unten läuft das Öl raus, aber ich kippe einfach mehr rein. Und damit verbrennen wir. Damit sorgen wir dafür, dass wir halt in so eine Dauerschleife reinkommen und die ist ja nicht bequem, sondern Dauerschleife ist ja immer, immer kontinuierlich machen, immer machen, machen, machen und halt nie irgendwie die Früchte in der Gänze ernten können und das ist schade. Also in dem Fall ist es ja fast ein bisschen so, was würde ich sagen, ich warte mit dem Abnehmen, bis ich noch dicker bin, weil jetzt lohnt es sich noch nicht. Also das ist ja völliger Quatsch, das so zu sehen. Habe ich irgendwas noch nicht gefragt, was zu dem Thema relevant ist, weil für mich ja auch ein ganz neues Thema. Habe ich irgendwas ausgelassen, was wichtig ist? Ach vom Prinzip her nicht. Ich glaube, die meisten können sich denken, du kannst eine KI männlich machen, weiblich machen, du kannst dir alle Namen geben, die du möchtest, die kann natürlich humorvoll sein oder ernsthaft oder ganz super seriös, du kannst die per Du sprechen lassen. Das Interessanteste eigentlich ist, wenn man mal mit einer KI telefoniert, also wenn man das mal selber ausprobiert und mal genau hinhört, was passiert da eigentlich. Weil du wirst merken, dass alles, was du in dem Gespräch sagst, ist ja im Prinzip in diesem Chat drin. Und die KI kann Dinge, die du ganz am Anfang gesagt hast, am Ende immer noch wiederholen. Also die wird am Anfang einmal fragen, Mensch, wie heißt du denn eigentlich? Dann sagst du Michael. Und dann wird sie sagen, ach schön, Michael, dass wir telefonieren. Und dann wird sie mit dir telefonieren. Ganz am Ende sagt sie, na dann, Michael, ich wünsche dir einen schönen Tag. Also du wirst einfach merken, die verarbeitet Daten und die kann auch Sachen interpretieren. Also wenn du zum Beispiel mit einer KI telefonierst und du sagst, ich habe eine Agentur und wir machen folgendes, dann sagt die Agentie, ja, ist im B2B auch extrem wichtig, so eine Leistung zu haben. Das heißt, sie weiß, deine Leistung ist nicht im B2C, sondern im B2B angesiedelt. Also da sind so viele Sachen, die sind einfach spannend und für alle, die es interessiert, wir bieten auf unserer Webseite natürlich auch die Möglichkeit, kostenfrei mal mit einer KI zu telefonieren, um das einfach mal zu erleben. Was ist Stand heute? Wie fühlt es sich an? Und da kann man einfach mal so ein Pläuschchen führen. Fast mal überlegen, wenn wir mal eine Folge machen, die irgendwie, wo das mit drin ist, wäre interessant. Ich sehe schon, das wird dann auch zweckempfremdet werden, so dann lässt man die KI mit der Tante telefonieren, die man nicht mag und dass man sich mal wieder gemeldet hat. Also ich wette, man kann die sehr, sehr multiple einsetzen. René, das war... Dazu später mehr. Das war super, super spannend, was du erzählt hast. Wir könnten da noch länger drüber sprechen. Wenn es noch mal ein bisschen fortgeschritten ist, und die neuen Erfahrungen dann austauschen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Danke, Michael. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Automatisierung! Oh, 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 alles geht wie von allein. Oh, 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 Marketing-Magie! Oh, 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 mit Automatisierung so fein.